Hallo, vielen Dank für das Interesse. In dieser Präsentation geht es um die korrekte Interpretation der Bindungsenergie. Insbesondere geht es um die folgende Schlussfolgerung in der Physik. Weil die Spaltung von Teilchen Energie erfordert, wird die gleiche Energie bei Bindungen wieder frei. In dieser Studie wird gezeigt, dass dies ein Fehlschluss ist. Die nachweisbare Wahrheit ist, dass nutzbare Energie bei allen Bindungsbildungen inklusive Kernfusionen verbraucht wird und bei Bindungsspaltungen erzeugt wird. Dieser Fehlschluss hat verhindert, dass wir bereits seit Jahrzehnten saubere Energie analog der Sonne durch Spaltungsreaktionen erzeugt haben. Fachgebiet der Chemie ist die Reaktionskinetik, wobei es ausschließlich um Bindungen und Spaltungen von Teilchen geht. Die Regeln der Reaktionskinetik sind bereits sehr lange bekannt und wurden durch sämtliche industriellen Anwendungen bestätigt. Aufgrund der Erklärung der Regeln anhand von Naturgesetzen sind sie allgemeingültig. In der sogenannten Neuenphysik wird nachgewiesen, dass nicht nur chemische Reaktionen, sondern sämtliche Vorgänge im Universum auf Bindungen und Bindungsbrüchen beruhen. Es sind daher außer den klassischen Regeln der Reaktionskinetik keine anderen Gesetze erforderlich, um sämtliche Vorgänge im Universum vollständig, anschaulich und ohne Widersprüche zu beschreiben. Beispiele sind alle Kräfte und Energien, alle optischen Effekte, alle Quanteneffekte, alle kosmischen Phänomene, alle Tests der Relativitätstheorien. Besonders beeindruckend ist die wissenschaftliche Erklärung der Gangveränderungen von Atomuhren infolge Höhen- und Geschwindigkeitsänderungen mittels einfacher klassischer Reaktionskinetik. Das Video dazu gibt es später. Es scheint also kein Zufall zu sein, dass die neue Physik maßgeblich von einem im Bereich Reaktionskinetik promovierten Chemiker ausgearbeitet wurde. Tatsächlich hätte dies allerdings jeder Wissenschaftler erreicht, wenn er strikt nach der weltweit anerkannten Scientific Method vorgegangen wäre. Die wichtigste Regel der Reaktionskinetik ist, dass jede Reaktion bzw. Interaktion kinetische Energie erfordert. Diese Energie wird auch als Aktivierungsenergie des Vorgangs bezeichnet. Die Aktivierungsenergie wird ausschließlich durch Stöße bereitgestellt. Spontane Reaktionen sind aufgrund des Energieerhaltungsprinzips unmöglich. Fast alle angeblich spontanen Reaktionen werden von Photonen, das sind Myon-Neutrinos oder Elektronenpaaren, das sind Elektron-Neutrinos aktiviert. Radioaktive Zerfälle werden nachweislich durch kosmische Gamma-Photonen aktiviert. Dazu gibt es auch später ein Video. Die Energien werden in der Reaktionskinetik mit dem hier abgebildeten Energiediagramm veranschaulicht. Das Beispiel zeigt eine Spaltungsreaktion. Es werden hier zwei Energieniveaus der inneren Energie dargestellt, und zwar links der Zustand eines gebundenen Teilchens und rechts der Zustand der Spaltprodukte. Alle Teilchen streben eine möglichst geringe innere Energie an, was durch Bildung von Bindungen erreicht wird. Dies wurde bereits in Video D1 erklärt. Die innere Energie wird hierbei in Schwingungsenergie der Bindung umgewandelt, die auch als Bindungsenergie bezeichnet wird, d.h. in diesem Fall BE. Der Übergang von einem zum anderen Zustand erfordert Aktivierungsenergie. Aktivierungsenergie ist kinetische Energie, d.h. sowohl Spaltungs- als auch Bindungsreaktionen erfordern nutzbare Energie. Bindungsbildungen erfordern geringe Aktivierungsenergie, während Bindungsspaltungen eine viel höhere Aktivierungsenergie erfordern, da zusätzlich das höhere Niveau der inneren Energie erreicht werden muss. Die niedrige Aktivierungsenergie für Bindungsbildungen bedeutet, dass diese bereits bei niedrigen kinetischen Energien und damit niedrigen Temperaturen ablaufen. Spaltungsreaktionen laufen dagegen bei hohen Temperaturen bzw. kinetischen Energien ab. Sobald Teilchen Energien oberhalb der Aktivierungsenergie für Spaltungen haben, werden erfolgte Bindungen direkt anschließend wieder gebrochen, sodass gebundene Zustände bei hohen Temperaturen unmöglich sind. Das gilt auch für Kernfusionen. Ein Nachweis, die Abnahme von intermolekularen Bindungen bei Temperaturerhöhungen äußert sich durch Umwandlungen von festen, überflüssigen zu gasförmigen Zuständen. Bei noch höheren Temperaturen werden sogar intramolekulare Bindungen gespalten, was als Plasmazustand bezeichnet wird. Gase können nur durch sehr niedrige Temperaturen flüssig und dann zum Festkörper werden. Als Beispiel, Wasserstoff kondensiert im Weltall zu Tröpfchen, das heißt Wasserstoffwolken, und in diesen gefrieren die Sterne aus bzw. die Sonnen. Bei den Temperaturen im Weltall gefrieren sogar die allgegenwärtigen Photonen. Das Ergebnis sind die größten, ersten und energieärmsten Sterne im Universum. Dies sind schwarze Löcher. Die neue Physik hat zum ersten Mal schwarze Löcher korrekt, das heißt konform zu allen Beobachtungen beschrieben. Siehe Videos der Kosmos-Reihe. Nun zu den Änderungen der kinetischen Energie. Aktivierungsenergie wird zunächst in allen Fällen verbraucht, indem diese in Schwingungsenergie der Bindung umgewandelt wird. Zur Spaltung kommt es, wenn die maximal mögliche Schwingung überschritten wird. Dabei wird die gesamte Schwingungsenergie der Bindung, das heißt EA plus Bindungsenergie, als nutzbare kinetische Energie frei. Die erforderliche Energieverspaltungsreaktion ist daher eine Aktivierungsenergie. Die Schlussfolgerung, dass diese Energie bei Bindung wieder frei wird, kann nicht gezogen werden. Die Aktivierungsenergie wird bereits bei der Spaltung wieder frei, und zwar zusammen mit der bereits vorhandenen Bindungsenergie. Die Bindungsenergie ist die Schwingungsenergie einer Bindung. Diese wird bei Bruch der Bindung in nutzbare kinetische Energie umgewandelt. Umgekehrt verbraucht die Bildung einer Bindung nutzbare Energie. Viele Angaben von Reaktionsenergien und Reaktionswärmen sind daher in der Physik falsch. Das beruht auf dem falschen Verständnis von Bindungsenergien. Es sind dabei nicht nur die Beträge falsch, sondern auch die Vorzeichen. Mit den korrekten positiven Energie verbrauchenden Werten wäre man nicht auf die Idee gekommen, mittels Kernfusionen nutzbare Energie zu erzeugen. Man hätte bereits vor Jahrzehnten Technologien entwickelt, die saubere Energie durch Spaltungsreaktionen erzeugen. Man hätte dazu nur die Energieerzeugung der Sonne kopieren müssen, d.h. die Spaltung von Teilchen zu Plasma und Photonen in der Sonnenatmosphäre. Zum Fazit Diese Studie zeigt, dass eine logische Schlussfolgerung durchaus falsch sein kann. Für verlässliche Schlussfolgerungen müssen mehrere unterschiedliche Beobachtungen herangezogen werden. Vorteilhaft ist außerdem eine interdisziplinäre Zusammenarbeit bei fachübergreifender Forschung. Zu erwähnen ist, dass nicht nur alle physikalischen und chemischen Vorgänge, sondern auch alle biologischen Vorgänge gemäß den Regeln der Reaktionsgenetik ablaufen und mit diesen beschrieben und erklärt werden können. Noch eine Information zur Titel der Bildung. Ein Photon entspricht vier gebundenen Elektronen. Vielen Dank für das Zuhören.